So meine Freunde, Herzlich Willkommen. Wir reagieren auf den Fortnite-Shop und heute mal live, also was heißt live, Top Aktuell um 2 Uhr 2. Schreibt es mal drunter, wenn ihr es jetzt schon seht, Alter, das ist krank, Leute. Warum seid ihr jetzt noch wach, hm? Was haben wir in Gebietsherrschaft, bla bla bla, neuer Budi, wie ist das? Krass, okay. Äh, was habe ich für Skabot gemacht? Was ist neu? Ähm, schreibt es mal rein, wer das jetzt schon sieht. Was ist denn jetzt passiert? Keine Ahnung, neue Mission oder was? Egal, ich habe maximale Wetter, dann interessiert das eigentlich nicht mehr so viel. Ähm, okay, schauen wir mal rein. Ja? Ja? Ähm, das ist nicht so geil, die Spitzhacke. Na, ich weiß nicht, in Gebi mal lässt man nicht so lang laufen. Taxifahrerin? Fühle ich gar nicht. Der ist nice. Finde ich mit den goldenen Liga nicht so geil. Schwerter gehen immer. Schwerter gehen immer. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber hat man auch... Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube, ich habe schon gefühlt 20.000 Schwerter. Ich finde das zweite auf jeden Fall besser, aber auch nicht meins. Eigentlich für 12 Euro. Rucksack ist nice. Irgendwie erinnert mich das an so eine Kinderserie. Heißt die Momo? Wo diese schwarz-weißen Agenten die Farbe klauen wollen oder so? Oh Leute, in den letzten Tagen habt ihr nichts, was mich... Nein, auch nicht. In den letzten Tagen echt nichts dabei, was mich so komplett vorm Hocker hat. Der Rucksack ist geil. Schwerter ist schwarz-weiß. Nee. Nee, gar nicht. Uff, okay. Ist auch wieder sowas... Ich sage es jetzt mittlerweile in jedem Video. Bietet den Rucksack einzeln ein. Nee, werdet reich, Alter. Ganz ehrlich. Okay, der ist schon krass. Der ist schon echt ein bisschen creepy, ja? Okay, und dann aber der Ding. Nicht ziemlich dabei, leider. Absolut nicht. Und keine Ahnung, was hier los ist. Irgendein neuer Modi? Keine Ahnung. So war ewig nicht mit Fortnite, seitdem ich den maximalen Level erreicht habe, seitdem ich den Season Pass Deutsch habe. Für mich schon uninteressant. Und das ist ja noch ein bisschen, ne? Ja. Ihr Lieben. Vielen Dank bei uns. Wie gesagt, schreibt es mal rein, wer das Video direkt gesehen hat. Das ist krank, Alter. Auto raus. Und schlaft gut. Und jetzt wird die Ich bin klein. Ich bin klein. Untertitelung des ZDF, 2020